Sagt sie immer wieder Ich auch doch, ich auch, doch reagiert er drauf, nee Ich bin gesund, am Arsch Bin ich! Am Arsch bist du völlig gesund Das war nicht nett, ich hab grad die Kerze angekündigt, ja? Eine Gesundheit Was hat Nico nicht gehauen? Ja Ich schieße nämlich nach Das war ich, Eisholfe Du hast mir in den Arsch geschossen Nein, ich hab dir einen Klaps mit dem Schlagring gegeben Ah, war doch mein Arsch Warte, ich will dir auch einen Klaps geben Nein, geh weg, Nico Ja? Nimm ihn weg von mir Das fühlt sich weh Das fühlt sich weh Schalten sie jetzt ein Das ist die Kasse Das war so nicht geplant Ups Ihr gierige Du hast es eh nicht verdient Ja, okay, ich hätt's eigentlich nicht aufnehmen sollen Weil ich will ja eh das Geld loswerden Ist egal Wenn wir sterben, dann hab ich's eh nicht Ist egal Guck mal, habt ihr schon mal Kunst gesehen? Ja Aber Saiyapunk würde mich jetzt auch interessieren, oder? Ja Ah ne, ich hab schon viel Aber du bist sowieso nicht so für Story Nein Kommt, du bist jetzt Spielern Hey, hier ist noch ne Kasse Ja, Nico, schnapp dir Braucht das Geld nicht Habi! 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 Neben mir gleich Neben mir Gleich neben mir Erst neben mir Achso Ist gleich neben mir gewesen Jetzt rennt er hoch, glaub ich Oder ins Gebäude Das hab ich jetzt nicht hier voll genommen Weil Joey nur am rumblöden ist Jaja Hör auf mich, wurde hochgeschossen Ich hab dich schon gesehen Du bist ein Kisser Ja, Zwiebeksgubbe Zieh ich ein bisschen zurück, dann kriegt Nico vielleicht einen vor der Flinte Keine mich Nee Schießen Sie auf dich? Ja Nee, ich schieße auf sie Mach's mal Hast du was erwischt? Nee Kannst du ihn unterstützen, Icewolf? Die stehen da jetzt beim Tor, beim Eingang Jo Heim mich gut Den hab ich angehittet Fuck, den zweiten sehe ich nicht Ich bin wieder geladen Ich weiß nicht, von wo der zweite jetzt geschossen hat Da hast du einen Das ist ne Shotgun Jaja, ich weiß Das sind drei Oh nein, er ist so schön vor deine Flinte gerannt Scheiße Wie Mist Lauf, Icewolf Lauf Wir haben dich einmal mitgenommen Oh Wenn er vor Zombies stehen, dann fällt es auf, oder? Ah Gut möglich Ach Jetzt will ich aber das Klo-Play des Jahres sehen, du Hallo und willkommen beim Klo-Simulator Wir müssen jetzt ein großes Geschäft machen Ich hab's noch nicht aufgepasst, ne? Der hat wir alle nicht Ah, ich hab's noch nicht aufgepasst, ne? Der hat wir alle nicht Die Frage ist nur, beschützen sie euch jetzt, oder kommen sie mir hinterher? Die Frage ist nur, beschützen sie euch jetzt, oder kommen sie mir hinterher? Lass dich nicht schätzen, weil wir brennen, oder so Hey Oh Ich soll dich gar nicht voll hin Ist ja, wann brennt ihr? Ähm, also Ich bin Feuer und Flamme für Nico Richtig? Mir geht's gut Ja gut, dann meinst halt, ich brenne Okay, ich brenne Da, da ist einer, also Du wirst, wir sehen mich Jetzt sind's zwei Von hier hinten ist auch ein Grüne Da, auf dem Feld Ah ja Heimat, und die kommen jetzt näher Auf dem ist jetzt die eine da Geh auf dein Klo zurück Ah, das sehen die jetzt, ne? Ah, verdammt Werden sie es sehen? Ich hab mein Säbel nicht bei Ich hab mein Säbel nicht bei Ähm Okay Ah, das ist einer Der schießt auf mich Ja Die spielen mit dir im Essen Echt so Echt so? Was war's denn? Scheiße Er hat mit dem Leben aufgekriegen Ich brauche mir mal Schuss jetzt Okay, das ist jetzt doof gelaufen Das war's so gut Kann man so sagen Ah, schön Ah, schön Die, wo, die fragen sich jetzt auch, ähm Was war das jetzt? Was heißt denn, du da? Guck mal, das hab ich auch Ne, warte Guck mal da Ich muss das ausprobieren Okay Die Scheiße Ich hab mir aber eine Apu damit hab' ich Sehr schön Soll ich einmal raufhauen? Ja, bitte Bleibst du denn? Nein, nicht bei mir Meinen Feinden Mal gucken, ob ich sonst zuerst wieder mal ein Punkt kriege, um den Schaden Ich bin schon interessiert Ich bin schon interessiert Wo war das? Ja Aua 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 Eiswurf hat mich Aua gemacht Nein, dann hörst du den Boden, komm Reicht das nicht, dass ich verletzt bin? Nein Guck mal auf die Rate verletzungen an, emotional oder? Beides Weißt du Aber zurück zu Cyberpunk Ich bin das Spiel schon Also ich bin deswegen kein Story Auch bei Witcherik, wo viel passt Zum Beispiel, bei 1 und 2 Okay Ja, es kommt auf das Spiel an Bei Halo passe ich auch auf die Story Wenn das Spiel gut ist, dann passe ich auf die Story Wo wir zum Beispiel, äh sorry, interessiert mich nicht Die Story ist so Wer will, das ist nicht so Story Wissen gerne, kommt für mich gegen Storyfeeling auf Battlefield und alles genauso Call of Duty allerdings halt hier ein bisschen mehr aufgepasst Ach, an der E-Stelle war ich immer so traurig von Call of Duty Ich weiß nicht mehr welcher das war, ich glaube Modern Warfare 2 Da wurde man auch verraten Da haben sie Deinen Kumpel hier angezündet Achso, ja Ich bin geschockt, du hast Gefühle Das macht mich immer traurig Ghost Der ist einfach so angezündet, der ist lebendig Ja, da erinnere ich mich auch dran Das war ja eine sehr emotionale Phase So, Moment Bin ich hier falsch? Ja 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 Ich weiß ja nicht, erst haben sie Ghost angezündet, dann haben sie dich angezündet glaube ich Ja, ich weiß nicht, dass sie so auf den Leichenhaufen geschmissen wurden und so Spoilert ihr gerade? Das spielst du eh nicht Ja, ich vielleicht nicht Ne, wir beide haben es ja schon gespielt Ja, aber vielleicht andere Leute Diese eine Person, die vielleicht mal mein Video guckt Achso Achso Wir haben von irgendeinem anderen Spiel geredet Ja, das glaubt der einfach keiner Ich hab vergessen, dass du aufnimmst Ach, das ist ja nicht so Das Spiel ist mittlerweile so alt, das sollte eigentlich jeder kennen Ich verstehe das schon, ich meine, was man das vergessen tut und so Wer es nicht kennt, der Spiel sollte eh nicht sein Ich muss halt trotzdem drauf achten, dass da nichts drin ist, was Lizenzen oder so oder zu sehr ins sexistische oder rassistische oder sowas Also, wenn ich hier bin, ja, dann ist nichts rassistisch, sexistisch oder annähernd schwarzer Humormäßig Ja, oder besser gesagt einfach alles Am besten nicht schweigern Nordwesten sind Schüsse? Nein, so ist es nicht schweigern Am besten machst du alles einen Piepton Wenn eins was spricht Wie viele Abonnenten hast du eigentlich? Ähm, ich glaube so um die 28 Und wie viele davon sind Martin? Hahaha, warum Martin? Aber letztens das Thema war heute, dass er dich abonniert hat Ja, einmal Also, von mehr wüsste ich nicht König sein, dass er irgendwie verschiedene Accounts hat, aber das wüsste ich da nicht Warte, ich klopfe auch mal Haha Ach, da hinten Mit der Pumpkan, auf zu Bankmann Und ist nur ein Boss Keine Angst, ich hab ne Schaufel Ja, da hinten Das fände ich nicht wieder werfen willst Alles gut Das war's, ich hab' dann aber okay Was, so hast du den Perk, dass du das werfen kannst? Ne, eigentlich nicht Toll! Sind sie wieder in dem Wiesing Sind sie wieder in dem Wiesing Also, ich krieg' immer nicht zusammen, war Aber ich find' das okay Der Pumpkan aufzufangen, guck mal Ja, wie gesagt, bei dem Call of Duty war ich sehr emotional Das ist ja traurig Hatte ich ja auch am Anfang Ghost in Antia gehabt bei den Spielen Weißte niemandem zu weit, glaub ich Irgendwann hieß ich auch Phantom, ich weiß noch nicht mehr warum Vielleicht weil der Name cool ist Also hieß ich bei Yabby auch Ich krieg' mich am Anfang überall den an Drückgorn war da ein Schattenwolf Und dann kam irgendwann Eiswolf Und jetzt bleib' ich der Eiswolf Wird was anderes kommen? Nööööö, mir fällt ein Standort mehr ein Was kommen noch? Warten, Eiswolf 2.0 Die Story geht weiter Zur Next Generation Vielleicht Nöööö, ich hab's hier nicht mehr Aber ich hab' ich jetzt An die Höhen Und das ist auch hier Sie sind hier Hm Wir müssen aufpassen, vielleicht hoppen außen rum schon irgendwo welche Bestimmt Alles möglich Toyota Ja Jo Ja, Richtung Südosten Süd-Südost Wahrscheinlich von oben schießen wir runter Jo, äh, Süd-Süd-Osten Das ist noch außerhalb Achso Jo Die Hütte wird beschossen Ja Was sag' ich doch? Hab' ich Nekromantie? Natürlich nicht Sag mal kurz Ich hab' eine Ich hab' eine Eine, Frö Passau, Richtung Süd-Süd-West Die Hütte wird nicht mehr Die Hütte wird nicht mehr Vielleicht Aber das ist das nhưng Was ist richtig? Die Hütte wird nicht mehr Die Hütte wird nicht mehr Also, dann wird nicht mehr Ich hab nicht so gut getroffen jetzt, das waren jetzt andere Pistolen, das waren diese Codwells, die ein bisschen länger haben zwischen den Schüssen. Ich hab ja gehofft, dass da eine Schuss die wenigstens trifft. Ja, wir haben zwei. Du hast noch einen getötet, oder? Der E-Coddy ist noch weglatscht. Ja, dann haben wir zwei wenigstens mitgenommen. Jetzt müssen die dann auch gegen die Spinn-Typiks dann da, äh Schlachter-Typiks kämpfen. Hä? Was ist der da drin? Warten. Achso, die looten noch. Willst du noch? Lebt ihr noch? Nein, ich guck zu. Achso, komm schon die Wunde. Ich guck immer kurz noch, was die so machen. Achso. Wie die so spielen. Und? Spielen sie gut? Das könnten aber auch die vom Boss sein. Eventuell. Dass die den Boss gemacht haben und dann sich außen hinstellen wollten. Hä? Achso, nee, ich kann verschiedenen Teams zugucken, oder was? Wie, ja, ja, du kannst einen zugucken jetzt. Achso, ich dachte nur denen, die uns gekillt haben. Nein, nein, nein. Oh, das ist ja spannend. Ich hab grad gesehen, wie die drinnen verbarrikadieren und mit den draußen uns getötet haben und jetzt gerade ran laufen. Wie cool ist das denn? Ja, ja, ja. Ich bin die Nummer... Eins. So, der Kollege hat mir grad gestriegen. Ich hab auch den Tisch geschickt, so warm. Und hab so, okay, cool. Ich bin ja erstaunt, dass du dir den Weißen holst. Rassist. Ich bin die Nummer... Ich bin die Nummer... Zwei. Ich hab's nie zuerst gehört. Ich hab's nie zuerst gehört. Ich bin Nummer Zwei, ehrlich. Nein, du bist die Zwei, ich bin die Zwei. Ja. Okay. Ich hab's nie zuerst gehört. Hört das hier doch? Ja, ich bin der. Was? Ähm, müssen wir... Nur hier kommen. Aber ich hab eben gleich nen Dock. Das ist alles, alles gut. Wenn das Gift immer aufhört. Das dachte ich grade Schritt, aber das ist halt hier. ja wir spielen auch noch mit echt? wo kommt ihr denn jetzt her? da raus aus der wahl, da komm ich her und ich musste sagen es ist weihnacht, warte wo ist die denn? wo ist die denn? ja, hier eigentlich müsste einer nur irgendwo die anderen denken da ist der Gegner oder da ist der Trophäe und dann angeschissen da müssen sie einfach mal für das Team opfern Jui 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 könnt ihr das echt auch so gut hier über Baumstämme hüpfen? klar ihr könnt einfach nur mal laufen, die sind so nah zusammen, dass man nicht dazwischen runterfällt also bei dem anderen Hinweis, da schießen sie glaub ich kann ich den Zombie die Zähne ausschlagen, das ist ja immer noch gefährlich das sind so Fragen, die ich mir stelle du suchst doch einfach die Zähne ausschstellen ich bekomme das ist nicht so ich bin bis zur Wende geguckt. Ach, das ist schon wieder vorbei. Ja, ja. Wow. Okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr Infos zu diesen CRM gewünscht. Haben Sie Ihren Pfarrer gefunden, oder? Nein. Kann ich Spoilern, bitte? Nicht Spoilern. Ach so. Dann schreib's mir. Guckst du ihn doch selbst an? Nö, ich hab's nicht gefunden. Ich fand's nicht, ich fand's nicht. Du nimmst auf, du kleine Stasi-Maus. Von wegen Kaumaus. Stasi-Maus. Oh Gott. Nein, danke. Nix Stasi? Mhm. Satisfaction. Kein gutes Thema. Okay. Du bist aber auch einer, ne? Okay. Ja. Gibt's denn euch eine geschossen? Ja. Ach, das klingt so abgedeckt. Wer schießt jetzt? Ich hörst du mal da auf. Aber warum? Oh. Jetzt bin ich nur eben gekletzt. Ach ne, der kommt zu uns. Hey, diesen Ort hasse ich auch. Da hab ich Nico mal fast erstocken. Was? Ach ne, ich kann mich ja nicht erinnern. Ähm, was war hier nochmal? Hörst du Spoilern? Hörst du Spoilern? Hörst du Spoilern? Hörst du Spoilern? Hat die immer eigentlich wieder Winter gespielt? Ne, oder? Hast gespielt? Ne, seitdem. Ne, eigentlich nicht. Du warst ja nicht da, letzte Woche oder so. Ich fahr, ich fahr ja auch arbeiten. Ja, was tust du das auch? Ah, weiß ich auch nicht. Oh. Siehst du eigentlich, wer dich abonniert? Wenn er es so eingestellt hat? Vielleicht ist es auch nur sie. Ja, die Person halt. Wenn die Person das so eingestellt hat, sehe ich es. Okay. Wenn er es ausstellt, dann sehe ich es nicht. Na dann, gut zu wissen. Hier sind wir wieder an den Punkt. Wo ist dein Stern? Wenn sie von außen verschossen werden können und von innen. Ich ziehe das nicht, ne? Rot, 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 rot. Ja, ja. Ah. Jetzt haben die, glaube ich, auch aufgehört zu kämpfen. Müssen wir aufpassen, dass von hinten da auch nicht erschossen werden. Hm. Hört mal, ich bin der Erste. Weißt du, ich bin so unfair. Bin mal der Erste. Ich spinne es aber ruhig. Dann sind sie vielleicht im Nebengebäude, wo die Spinn nicht hin kann. Warte, vielleicht kann ich sie aufschweißen. Die Bienen sind, glaube ich, ruhig. Da müssen die außenrum irgendwo sein, oder ähm... Außenrum... Aber hier wurden wir noch nicht geschossen. Also... Ah doch, da hat einer geprügelt. Hast du gehört? Ja. Die Bienen sind jetzt weg. Die Bienen... Ach, das waren die Bienen, die den geärgert haben jetzt. Ich hab grad die Spinne gesehen. Die ist vergruselig. Jetzt blü Bernen! Also... Das war er. Ich werde eine große Filme sehen. Stelle schlägern. Also, ich schluss... Die sind von der Film bis zum Arschuz. Als heißt das. Dann halt das. 書be mir. War es so zum Arschuz. War es hier. War es hier. War es hier wirklich? War es hier. 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 Wir sind drei. Einen habe ich weg. Einen habe ich weg. Beide sind da noch. Außenrum beim Gebäude. Gleide. Ich muss auch, dass sie von hinten nicht kommen. Von unten meine ich. Oh Gott, habe ich erwischt, glaube ich. Vielleicht sind sie unten durch. Da können sie auch unten. Unter durch ist ja auch so ein Kellerkomplex. Hinter dir war das. Oh Gott, das ist er. Das war links von... Wem gucke ich hier zu? Einen, was ist das? Hinter dir. Richtung Ost-Nord-Osten. Da war es gestorben. Hier links, B.A. rum. Ja. Ach so. Ich habe die geplündert. Entschuldigung. Nico, sind geab. Oder was? Alles gut. Oh, ich muss jetzt... Oh, ich muss jetzt... Oh, da... Oh, 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 oh... Au, oh, oh... Wie geht es nicht gut? Hat der auch nicht durchgeschmissen? Rund hier, okay. Ähm, netten Menschen. Ich bin verletzt. Emotional, erzählen wir mir. Ich habe Aua. Komm wir suchen den kleinen Scheißer. Tami, pass auf, dass sie weiter brennt. Hinter dir. Es ist weiß, es ist weiß, dann ist er weiter weg. Ja. Hier ist noch ein Anikid, falls du brauchst. Mir gehts gut. Dann denke ich Tami, aber okay, ich fühl dich ruhig angesprochen. Okay. Das ist wie gut, dass die brennen. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, um zu sagen, dass ich auf dem Weg bin. Aufs WC muss, oder? Ich muss auch. Ja. Wir wollen was machen? Erst du? Dann ich? Oder bei der gleichzeitig? Pass auf, mir kann ich in diesem Fenster. Ja. Ähm, also wenn du in Sicherheit bist, dann hock dich irgendwo in Sicherheit. Und dann plüge ich hier weiter. Ich sitz gerade im Busch. Die Ironie ist zu. Ich geh nach, da rum. Ja. Ich geh nach, da rum. Ich geh nach, da rum. Ach, da bist du. Ich wollte kurz sagen, hier rennt jeder. Bei Yui ist Medikit, falls du brauchst. Ist das weiß? Ja, ich brauch. Ja, es ist der weiß. Wo ist Yui? Wo ist das Medikit? Ne, hier, bei mir jetzt. Yui war gerade je gewesen, deswegen. Ach, da unten liegt das, ne? Ja, ist rot. Okay, dann ist er wieder näher gekommen. Oder anderen. Ja, oder anderen. Ich bin mit einem Schuss tot, wenn du mit gutem Wasser wohnst. Ich bin jetzt aus der Sprengung. Wo komm ich hier wieder bis hin? Hier komm ich wieder hoch. Ja, ist immer noch gut. Ja, ist immer noch gut. Ach, du holst das was? Ah! Ach, das war die Spinne, ne? Ja. Du gehst überall Feuer, ich komm gerade nicht zu dir. Das ist meine andere Spitze jetzt. Was? Was ist denn die Tür jetzt, ne? Mein Gott, Brüttchen, ne? Das ist immer noch rot. Ja. Das ist gestorben. Hast du das geguckt? Ja, ja, das war ich. Ja. Geht's wieder besser. Ein Träumchen. Ja, ne? Hast du hier drunter irgendwo Munition gesehen? Ähm... Ich hab wieder welche bei, wenn du brauchst. Also, hier ist dieses... ...ne blaue Munition? Obendurch, wenn du hochgehst. Äh, ne, ich glaub das ist keine Schrot. Obendurch, warte mal. Hier, wenn du die Treppe hochgehst. Hier. Und dann hier nochmal. ... ... ... Danke. Ah, scheiße. Gerade vor der Tür, die ich aufgeklopft habe, Nico. Okay. Ich glaube, es waren zwei. Einen habe ich. Ich glaube, es war mehr als einer. Ja, dann schieße ich mich. Ja. Ich glaube, es kann von mir rechts... Oh, da ist einer. Einen habe ich. Lösch mal Tami, versuch mal. Ich habe auch einen. Alles gut, alles gut. Mach die erst fertig. Warte, komm. Das war nicht gut, das war nicht gut. Okay, danke. Ich wollte gerade Dings Stolperfallen aufstellen, verdammter Hacker. So, ich habe jetzt einen Balken. Ja, dann ziehen Koppeln. Wie die unten habe ich angezündet? Ich hätte aber zwei Balken, aber ich habe keine Heilung mehr. Hier unten ist einer drinne, glaube ich. Irgendwo. Unten bitte ich. Ich habe doch gerade eine Tür aufgemacht. Hat doch gerade eine Tür aufgemacht. Hat jemand eine Spritze oder so für mich hier durch? Ja, ich komme schon. Hier ist TeraVide, Ungo. Ja, Bombe. Glaub ich. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin oben. Achso, halb unten. Ich bin ganz unten, dann bleib lieber da. Ja. Nee, ich komme hoch. Ich komme auf deiner Seite. Soll ich die Tür zumachen, die ich da ausgeklopst habe? Die Einzüge? Ja, mach ruhig. Da war einer. Da war einer. Ja, der wollte seine Freunde hier gerade mit. Ich habe mal angehüttet. Ich habe nur noch einen Schuss. Warte. Wo ist er? Ah, fuck. Bei mir hier. Ja, ich habe ihn. Ja, passt auf. Es könnten trotzdem noch mehr sein, ne? Tami, wo bist du? Er hat auf mich gespielt. Jui. Was? Oh. Mit was? Tami. Oh. Können wir jetzt das mit dem Seben sehen? Ich habe den Segel wieder vergessen. Jetzt brauche ich die Heilung nicht mehr. Danke. Nach dem ersten Schuss. Okay. Nach dem ersten Schuss. Nach dem ersten Schuss. Noch mal aufhalten. Äh. Ich habe die Spruhung auf meine Spritze nicht mehr, oder? Nein. Es tut mir leid. Und wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot, tot. Aber das ist nicht schlimm. Alles gut. Du kommst da aus so einem gefährlichen Berg herum. Nehmt ihr die, äh... Ja. Damit ich kein Sebel... Entschuldigung. Reicht doch, okay. Er hat's gemerkt. Es ist... Ah. Jetzt können wir das mit dem Sebel aber anpacken, oder? Ja, das war jetzt noch besser. Ich pack hier noch Munition hin. Ich kenne noch. 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 Ja, die anderen gehen hoch zum Ausgaben. Das war so gut. Entschuldige, Tami. Ich dachte jetzt, hä? Lebt der Feind neben dem Eiswolf und dem Jui? Oder schießen die im Süden? Ja, ja. Auf dem Waschloch. Die schießen im Süden. Ja, wir können sie auch. Wir sollten nach Nordwesten, oder? Am besten, oder wie? Na, wir können jetzt... Wie du willst, wir können auch nach Osten gehen. Okay, wir haben jetzt... Ja, aber die haben vielleicht noch Leute, die ihnen gefolgt sind. Aua. Mir tut alles weh. Es tut mir leid. Da kommst du auch da um die Ecke rum, bevor er der Feind war. Ich wollte die umgehen. Ich... Ich... Hallo? Hallo? Ich wollte die umgehen erstens und zweitens wollte ich euch unterstützen und mich aufopfern. Ja, für den Opferd hast du es geklappt. Ja, ich hab's gemerkt. Tami, ich hoffe du hast es gefilmt. Jo, ich hoffe du hast es gefilmt. Ich nicht. Ich hab's gefilmt, ja. Wenn alles klappt und alles aufgenommen hat und so manchmal gibt es technische Probleme. Lässt du mich nachher mal unter der Rechner? Nein. Hahaha. Aber ich muss dazu sagen, dass ich das mit dem Messer glaube ich nicht aufgenommen hatte. Messer? Wo ich dich getötet hab. Oder töten wollte. Ach so, ja. Das hab ich nicht aufgenommen. Nee, ich glaub da hattet ihr noch nicht gefilmt gehabt. Ja. Also ich hatte schon, aber dann hatte ich Pause, ich hatte lange Pause gemacht. Ui. Ja. Ja, hab ich gesehen. Hinter dir? Zombie? Lass auf'n Heilzombie sein. Ja. Der hat doch getötet. Der ist jetzt. Der ist jetzt nicht. Ich will hier nur raus. Könnt ihr scannen, bevor wir da rumlaufen? Ja. Alle, dude. Alle safe. Merci. Ich hab'n bisschen Angst. Ich hab'n bisschen Angst. Ich hab'n bisschen Angst. Ich hab'n Teamkiller. Das macht mir grad so'n bisschen Bauchschmerz. Irgendwann, wenn ich mal jemanden anhütte und sowas. Weißt, das ist nur Spaß. Er holt eigentlich die Schrotflinte raus. Er wollte auch mal miteinander im großen Stil. Haha. Ich glaub's nicht mehr. Oh Mann. Jetzt so eine Sekunde vor dem extrahieren, so Querschläger ins Gesicht. Genau. Hab' ich noch ein Gott da? Ein bisschen quitt, ja, Nico? Ja, wir sind jetzt. Ich werde euch noch lange daran erinnern. Keine Angst. Ich dachte so, hä? Waren das nicht Nico und Eiswolf? Waren das Feinde? Hä? Wie gesagt, ich hab' Ich hab' auch nur so geguckt. Nico schießt. Ah, gut, okay. War'n Schweizer. Schießt auf Tami. Nervös gewesen soweit. Ich hab' gesehen, wie Eiswolf mit den anderen da gekämpft hat. Und du kamst auch da um die Ecke. Deswegen dachte ich, okay, das wird der Kumpel gewesen sein. Ich wollte euch unterstützen. Ich bin aus dem Fenster hinten gesprungen und wollte die umgehen. Ich wollte euch nicht, dass ihr nachher tot seid und ich sitze da mit einem Strich Lehm. Oh, ist das. Das war witzig. Es kamst auch da mit einem Sprachsatz. Ich bin aus dem Fenster. Und ich bin aus dem Fenster. Ich bin aus dem Fenster.